Wasser bildet an der Oberfläche eine Art elastische Haut, die auch Wasserhaut genannt wird. Wasser besteht nämlich aus vielen kleinen Wasserteilchen. Die Wasserteilchen halten fest zusammen. Es wirken sogenannte Anziehungskräfte zwischen ihnen. Vielleicht kann man es sich am besten so vorstellen, dass sich einzelne Wasserteilchen aneinander festhalten. Wasserteilchen ziehen sich also gegenseitig an. Das passiert in alle Richtungen. Nach oben, nach unten, sowie nach links und rechts. Die Wasserteilchen an der Wasseroberfläche können sich allerdings nicht nach oben festhalten, nur seitlich und nach unten. Umso intensiver halten sie sich also an den benachbarten Wasserteilchen fest. So entsteht die Wasserhaut, die Oberflächenspannung. Gibt man jedoch etwas Spülmittel ins Wasser, zerstört das Spülmittel die Verbindungen zwischen den Wasserteilchen. Die Wasserhaut oder die Oberflächenspannung wird dadurch zerstört. Das zeige ich dir in einem Versuch mit einer Büroklammer und Spülmittel. So entsteht das Stück von San 잠. das Film Ingelie supplier kann ich auf PS Oktober eine dB dinabe sein. Vielen Dank.